11. Dezember Es treibt der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Es treibt der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne ahnt, wie bald sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Ende von Es trat der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke Ende von Es trat der Wind aus Advent von Rainer Maria Rilke Ende 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 von Rainer Maria Rilke Untertitelung des ZDF, 2020